Venom 3 hat uns gespalten wie Eddie Brock und seinen Symbionten und deswegen erzählt euch Bea jetzt erstmal, warum sie den richtig, richtig kacke fand und dann erzähle ich euch, warum ich richtig viel Spaß hatte. We are Venom. Es ist kein Geheimnis, das Sony Spider-Man Universe hat es nicht immer leicht. Manchmal ist es absolut gerechtfertigt, bei Fällen wie Madame Web und Morbius kann mir sowieso gestohlen bleiben. Manchmal finde ich es aber auch ehrlich gesagt nicht so fair, wie die Filme von vornherein behandelt werden. Ich zum Teil mochte tatsächlich Venom, also den ersten Teil, da hatte ich, ich hatte meinen Spaß und beim zweiten war es nicht mehr ganz so gut, aber es ist auch für mich nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und deswegen habe ich mich auch auf The Last Dance gefreut, weil ich finde, der Film funktioniert vor allem wegen der Dynamik und dem Humor zwischen Venom und Eddie Brock. Das ist einfach sehr witzig und ich glaube, das wissen auch die Macher dahinter. Und das haben wir auch wieder im dritten Teil meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, aber es geht nicht nur um Witz, es ist natürlich auch die Story im Vordergrund. Also Venom und Eddie müssen in diesem Teil sich selbst, aber irgendwo auch die Welt von Null und seinen Jägern beschützen. Und die sind ziemlich stark und haben es auch auf jeden Fall auf sie abgesehen. Wie gesagt, ich mochte vor allem den ersten Teil, auch wenn ich da schon so ein paar Augen zudrücken musste. Vor allem was die CGI angeht, die ja wirklich, obwohl sehr viel komplett im Dunkeln stattfindet, einfach grottig schlecht aussieht. Und auch im zweiten gab es schon einige Dinge, wo ich einfach gesagt habe, das kann ich verzeihen. Da schwamm drüber, ich hatte meinen Spaß, gute Unterhaltung. Und irgendwann stellt man sich aber auch die Frage, wie viel soll man jetzt wirklich noch verzeihen? Und so ging es mir jetzt leider mit The Last Dance, weil wir hier schon angefangen haben mit so viel Exposition. Also wirklich, ihr könnt komplett den ersten, den zweiten Teil noch nie gesehen haben. Ihr könnt überhaupt keine Ahnung haben, wer Venom ist, was Venom ist. Und trotzdem kommt ihr hier mit bei diesem Film, weil die ganze Zeit erklärt wird, was passiert in diesem Film, was war in den vorherigen Filmen. Ständig taucht irgendeine Person auf, die entweder in einem Monolog oder im Dialog die Exposition hält. Und man sitzt da nur im Publikum und denkt sich, was soll das, was soll das? Also es tut mir leid, aber das ist keine komplexe Story, der kann ich auch so folgen. Also das brauche ich nicht. Und erst recht nicht in einem dritten Film, wo ich doch nur reingehe, wenn ich schon vorher die ersten beiden gesehen habe. Was soll das? Und das hat mich eben die ganze Zeit so genervt, dass ich gar nicht wirklich den Humor genießen konnte, den ich ja vorher mochte. Und der auch hier wieder da ist, aber auch einfach irgendwie ein Ticken zu viel. Also das muss einem dann auch wieder gefallen und dann muss man sich halt auch lösen können von diesem nervigen Exposition Talk. Und das ging für mich diesmal einfach nicht. Also da sind wirklich Charaktere, die Sachen, ich weiß nicht, ich glaube zuletzt hatte ich das so dumm bei den ersten beiden Folgen von The Acolyte. Da fand ich das auch extrem und daran hat mich das auch hier wieder erinnert und das brauche ich einfach nicht. Das macht mir keinen Spaß. Da werde ich rausgezogen aus der Story, die ja eh schon sehr dünn ist und nochmal gefüllt wird mit ganz vielen Subplots, die nicht unbedingt notwendig sind. Aber da könnte ich noch ein paar Sachen verzeihen, weil sie sind teilweise witzig, was vor allem Reese Ithens, den wir ja als Otto Hightower kennen und lieben, was dem geschuldet ist. Aber man sitzt dann am Ende trotzdem da und denkt sich, wozu? Wozu das alles? Wirklich, ich gehe jedes Mal in einen Film vom Sony Spider-Man Universe und hoffe darauf, dass es diesmal doch irgendwie ein Knaller wird. Und ich weiß nicht, wieder einen Moment habe, wie wenn ich die Spider-Best-Filme gucke, aber oftmals ist es leider jetzt wie hier, dass ich enttäuscht rausgehe und mir denke, warum? Nicht mal Tom Hardy und Venom können das für mich retten. Ich fand es einfach nur enttäuschend und schlecht und von der CGI will ich erst recht gar nicht anfangen. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann habt ihr schon Ausschnitte von Now gesehen. Das ist noch gar nichts, wirklich. Was dieser Film einem vorsetzt, das ist eine Beleidigung. Das sieht wirklich aus wie, weiß ich nicht, aus einem Videospiel von 2012. Einfach eine Frechheit, dass uns sowas heutzutage noch vorgesetzt wird, finde ich wirklich eine Frechheit. Aber das ist nur meine Meinung und jetzt bin ich gespannt, was Hardy dazu sagt. Die kalten Monate sind da und für mich bedeutet das vor allem eins, ein warmes Winterfell. Zumindest untenrum. In meinem Gesicht möchte ich weiterhin Herr der haarigen Lage sein. Mal ehrlich, wenn Eddie Brock es schafft, einen gepflegten Bar zu besitzen, während Venom irgendwelchen Bösen die Köpfe abbeißt, dann sollte ich das auch schaffen. Wer es auch im Herbst obenrum luftig haben möchte, der erhält mit dem SkinSafe 4Blade Vollaufsatz eine schöne Glattrasur. Wenn ihr so wie ich und Eddie Brock lieber mit einem gepflegten Vollbad durch die Straßen von San Francisco stapfen wollt, dann empfehle ich euch den SkinSafe Stubble Trimmer. Beide Aufsätze beugen dank der SkinSafe Technologie Hautirritation und Rasurbrand vor. Der Chairman Pro ist außerdem wasserdicht. Ihr könnt ihn sogar unter der Dusche benutzen. Was will man mehr? Vielleicht kostenlosen Versand und obendrein Rabatt? Mit unserem Code MOVIEPILOT spart ihr 20% auf eure Bestellung. Ein Traum. So, also als erstes kann ich ja direkt mal sagen, dass ich Venom 1 im Gegensatz zu mir ja richtig hartmüllig fand. Also mehr langweiliger Standard-Blockbuster als der ging fast gar nicht, auch wenn Tom Harley das auf jeden Fall ein bisschen aufgewertet hat. Das macht wahrscheinlich der Name. Und diese seltsame Restaurant-Szene, wo er den Hummer essen will, die ist auch irgendwie positiv rausgefallen. Aber Teil 2 hat mich dann doch überrascht. Man hatte da ja noch diese ganze Carnage-Sache, die auch nicht schlecht war. Aber ich fand's vor allem echt geil und erhaltsam, wie sie sich dann wirklich auf diese Comedy-Schiene eingeschossen haben. Es war natürlich dann keine reine Eddie Venom Rom-Com, wie es ein paar Kritiken vorher geschrieben haben. Aber es war schon der Kern des Films. Deswegen hätte ich eigentlich gesagt, wer Teil 2 mochte, wird auch Spaß mit dem Dritten haben. Aber eigentlich hat das B ja jetzt schon ein bisschen widerlegt. Auch wenn ich's nicht checke. Denn Venom 3 geht diesen Weg weiter. Der einzige Unterschied, würde ich sagen, ist, dass er um diese Venom-Eddy-Story, die diesmal so ein Road-Movie ist drumherum, auch voll in diese Trash-Schiene abdriftet. Es geht halt direkt mit der allerersten Szene los, wo der neue Bösewicht Null eingeführt wird. Und ehrlich, ich dachte, da läuft jetzt noch kurz Werbung für das neue World of Warcraft Add-On oder so. Wir sind dann in der Area 51, also diese Militärbasis, wo es diese ganzen UFO-Aien-Stories drumherum gibt. Leider ohne Naruto-Runs. Aber da arbeitet Juno Temple, die ich ehrlich gesagt fast gar nicht erkannt habe erstmal. Also was habe ich verpasst? Hatte die nicht immer so ein Baby-Face? Weil ihre Origin ist auf jeden Fall schon mal wild, aber da will ich nicht spoilern. Und auch alles, was sonst so da passiert, ist eher so Spoiler-Gebiet. Aber es gibt da so einige Charakter-Interaktionen. Die schwanken wirklich zwischen den weirdesten Shyamalan-Dialogen und so astreinem unfreiwilligen, Fragezeichen, Trash. Hab ich das gerade gesagt? Trash! Deswegen hat mich die Exposition, wie Bea meinte, auch gar nicht so gestört. Weil ich es schon unterhaltsam fand, mit was für einer Ernsthaftigkeit Leute da so Konzepte erklären, die komplett Banane sind. Das Herz des Films ist aber natürlich wieder Tom Hardy und sein Best-Buddy Venom. We are... We are Venom! We are... Venom! Du musst irgendwie immer schon allein lachen, wie Venom Eddie sagt. Eddie! Hier gibt es wieder alles von diesen gewohnten Streitgesprächen zwischen den beiden bis zu kompletten Slapstick-Einlagen. Da sind auch so Gags dabei, die so random sind, dass ich mich kurz gefragt hab, soll es jetzt schon der Gag sein? Oder kommt da noch was? Wird damit irgendwas aufgebaut? Aber ne, das ist dann einfach der Gag. Aber der spielt das so selbstverständlich runter, dass es nicht negativ ist. Also einmal muss sich zum Beispiel Eddie in Las Vegas einen Anzug besorgen, um in ein Casino reinzukommen. Und er will sich den Anzug dann von so einem Security-Typen klauen. We need a disguise! Amen! Der sich dann umdreht und ihm auf die Schuhe pisst, weil... Ja, keine Ahnung warum, das ist der Gag. Venom übernimmt die Smartiere, er spielt im Casino, er singt Major Tom, er tanzt zur Dancing Queen. Ja, das passiert alles. Man muss aber natürlich dazu sagen, das sind meist nur einzelne Szenen. Gerade sowas wie mit den Tieren, was man ja auch schon im Trailer sieht, mit dem Pferd und sowas. Da hätte man auf jeden Fall noch viel mehr draus machen können. Meistens ist es dann aber so eine Minute für sich, die nicht mehr wieder aufgegriffen wird. Das ist immer noch ein Film, der nicht wirklich rund läuft. Aber ich find's wie in Teil 2 auch schon sehr cool, wie sie sich so ein Stück weit freigemacht haben davon, irgendwie von diesen größeren Storys und diesen Mustern, wie diese Filme abzulaufen haben. Ich weiß nicht mehr, ob es Eddie oder Venom selbst war, aber am Anfang vom Film sagt er auch sowas wie, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Multiverse-Scheiß. Du bringst mich immer an die schönsten Orte! Ich brauch meine Auszeit. Und das ist schon so ein Augenrollspruch, aber er bleibt dieser Attitüde auch irgendwo treu. Vorhin wurde ja angedeutet, wie wichtig Venom 3 jetzt wieder für das Sony-Spider-Man-Universe sein soll und sowas. Und ich hab keine Ahnung, was sie noch mit diesem Null vorhaben, aber viel ist da eigentlich nicht. Es geht so weit, dass wir da alle gestern im Kino saßen und noch original irgendwie zwölf Minuten Abspann geschaut haben. Ich sag euch, der ist so lang. Da laufen wirklich, ich glaube, vier Songs einfach durch, dass wir am Ende alle ein bisschen lachen mussten, weil es gibt eine Post-Credit-Szene, aber so richtig Impact, vor allem nicht nach den ganzen Theorien, die man vorher schon wieder lesen konnte, was Venom alles machen soll, was der aufbauen könnte und so. Ich weiß, viele sind ja mittlerweile schon fast dafür, dieses Sony-Spider-Man-Universe wieder einzustampfen und zu rebooten oder zumindest mal Spider-Man da stattfinden zu lassen. Aber ich fände es ganz geil, wenn sie einfach akzeptieren würden, dass sie jetzt so Big-Budget-B-Movies produzieren. Weil im Endeffekt ist es das und vor allem Kraven jetzt zum Beispiel sieht ja auch genau nach sowas aus. So ein Ding, was man eigentlich bei Saturn an der Kasse in der Grabbelkiste finden würde, aber es hat halt ein Budget von 130 Millionen Dollar. Stellt euch mal vor, so 2017, MCU-Hochphase, kurz vor Infinity War und jemand hätte euch gesagt, wir werden irgendwann ein paar Jahre eine Venom-Trilogie haben und über die Hälfte davon sind einfach so Trash-Comedys, in denen sich Eddie und Venom die ganze Zeit streiten wie so ein Pärchen. Ich finde irgendwie, das ist schon ein Big-Balls-Move. Ich sag euch, hätte man damals Leuten das Ende von Venom 3 jetzt gezeigt, die hätten gedacht, das ist fake. Also wen das schon aufgeregt hat in Teil 2, wenn sie da am Ende am Strand sitzen und zusammen in den Sonnenuntergang schauen und sowas, der kann, glaube ich, fünf Minuten früher hier aus dem Kino gehen. Deswegen, Fazit. Venom 3 macht eigentlich da weiter, wo Teil 2 aufgehört hat. Als Komödie, die ihre Universe-Lasten mittlerweile so ein bisschen als Trash-Fest anerkennt. Da läuft eigentlich nicht so richtig rund, der ist auch diesmal auf jeden Fall zu lang. Aber all in allem ist das so ein guter Kino-Snack oder was auch immer, dass ich wahrscheinlich nur alle zehn Jahre schauen würde. Aber es macht Spaß und es ist vor allem besser als alles andere, was in diesem Spider-Man-Sony-Universe, was auch immer. da sonst so herumlungert. So Leute, jetzt habt ihr die zwei Moods gehört, mit denen wahrscheinlich die meisten aus dem Kino kommen werden. Deswegen aber lasst uns nicht streiten, lasst uns diskutieren und dann zusammen Dancing Queen tanzen. Und dann sehen wir uns im Kommentarbereich wieder. Bis dann. Und dann sehen wir uns im Kommentarbereich wieder.